Die Idee ist entstanden, weil zu viele Unfälle da waren. Und um das zu vermeiden, muss man gute Schutzvorrichtungen machen. Diese Idee wurde er, weil es so viele Erkrankungen gibt und er dachte, dass es etwas gibt, um diese Erkrankungen zu vermeiden. Und wie viel Zeit brauchte du, um so viele Jigs zu entwickeln, denn dein Katalog ist voll von Jigs für jede Operation? Wie Sie auf das gekommen sind, dass Sie so viele verschiedene Vorrichtungen machen, weil der Katalog ja so viele Vorrichtungen aufweist? Ja, die Unfälle sind ja sehr vielseitig und das hat sich automatisch dann ergeben, wenn neue Unfälle waren, dass wir neue Produkte entwickelt haben. So, there happened so many different accidents and for each one, he tried to find the best idea to avoid this. Avoid this? Yes. Was ist das, was Sie am besten finden und was finden Sie am besten, was am besten funktioniert? Ja, von den Schutzvorrichtungen. Ja, von den Schutzvorrichtungen. Ich betrachte die Gleichwertigkeit eigentlich, das ist je nachdem, wie das eingesetzt wird. Aber es ist alles gleich für ihn. Es ist nichts speciales, was er magst. Es ist alles gleich. Alles ist die beste. Alles ist die beste, ja. Es ist wirklich wunderbar. Und wenn ich Ihre Jigs und wenn ich Ihre Katalog, es ist unglaublich. Das hat wirklich geholfen, die Welt der Woodworking zu eliminieren, um die Präzision auf der Maschine zu erreichen, und um die Effizienz von der Maschine zu erhöhen. Denn die Maschinenmanufakturern machen nur die Maschine. Sie machen nicht die Add-Ons, wie das Aigner macht. Ja, also er sagt, also der ist es erstaunlich, dass Sie super entwickelt haben, wo es auch die Effizienz für die Holzbearbeitung steigert, weil die Maschinenherstellungen nur Maschinen. Und Sie entwickeln ja dann das Zubehör, und dass Sie ja geschützt und effizient brauchen können. Ja, es kommt noch dazu, dass das mein Hobby ist, und ich sehr viel Spaß daran habe, ja auch. Mr. Aigner hat viel Spaß dafür. Es ist sein Leben, das zu lösen und zu arbeiten zu solchen Problemen, die anderen Menschen helfen. Also er sagt, dass Sie eine der wenigsten Menschen auf der Welt sind, die zu ihrem Spaß und Freude machen. Weil die meisten denken ja nur, weil ihr Geschäft gut ist. Wir wohnen da schon, ja. Dankeschön. Ja, viel Dank. Vielen Dank. Und die letzte Frage. Was sind die neuen Pläne für diese Welt? Was sind die neuen Jigs oder die neuen Techniken, die Sie möchten? Ich möchte jetzt gerne wissen, was es Neues gibt oder was auch da noch in Zukunft, wo Sie schon in Planung haben, wo es da Neues geben kann. Also noch weiterhin, nicht nur das, was wir dabei haben. Ja gut, wir haben hier mehrere neue Sachen entwickelt, die wir hier auf der Messe sind. Die sind wunderbar angekommen. Wir sind begeistert eigentlich von dem Echo. So, Mr. Agner delivered new products and people are very surprised of that and very pleased to see that there are new products which can help them, yes. Yes. And we are very happy about that. Thank you, Mr. Agner. And we thank you from the world of woodworking for giving so many nice Jigs. And we hope that you will develop many more Jigs to make the work very easy. Thank you very much. Ja. Also bedankt Sie bei Ihnen, dass Sie so viele Vorrichtungen machen und dann andere Verwaltungen machen werden und dass Sie das Ganze dann so bereichern. Oh, vielen Dank auch. Ja, thank you. Ja, danke.